So, hier ist sie wieder, die Totti Cam, äh, die Lümmelhorts Cam. So, die Jungs werden schon aktiver, der Kaffee wird getrunken, scharfe Mischung hier. Das ist hier, äh, Cappuccino mit einem Schlatz extra. So, die ersten Trainings-Akkus werden gefahren. So, das Fahrerlager füllt sich auch langsam. So, die Jungs formieren sich. Guten Morgen, Herr Diekmann. Die Lümmelhorts Cam hat sich auf eurer Linse hier. So schön, ne? Ja, ist noch ein bisschen, noch nicht ganz ausgeschlafen, aber dennoch aktiv und da. So, hier die Zeitnahme, die macht sich auch schon Gedanken. Läuft auch, glaube ich, ganz gut hier. Auch schon das strahlende Leben. So, da sind die Jungs. So, da sind die Jungs. So, mal gucken, was es gibt. Grip-Verhältnisse sehr gut hier, Temperatur auch gut. Stimmung gut, alles gut. Grip sehr gut oder kippen schon die ersten. So, da wollen wir mal gucken, was es heute eine schöne Rennveranstaltung wird. Dann bis später zu den Lümmelhorts-Videos. So, da WIN-MAL-MAL-MAL? bitte zu den Lümmelhorts-Videos.